Hallo liebe Freunde und Freunde Lalline, ja, endlich blüht dieser Rosestock da hinter mir. Boah, guck mal, wie schön der da blüht, du, ja, wie, ne, doch, der blüht ganz viele lilanene Blümscher hat er. Wie der Häschen, Rosestock, na gut, da sind's Glatillatoren, das ist auch nett, Frästchen, Schlüffelblume, oh Mann, oh wie häschen dann die Dinger da hinten dran, ah, da sind die Margariten, ne, ah nicht, gut, gut, äh, irgendwas war's aber mit roh, 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 he, he, ha, rotododendron ist das, das ist ein rotododendron, jawohl, he, he, ja, das ist schon ein ganz alter Knabe, der steht schon ganz viel lang so, schon, schon über 15 Jahre steht der Dodo, ja, ne, meine Frau Lienchen sagt, der hat erst im Vorgarte gestanden, also Vorgarte ist der Vorgarte, der vorm Haus, da hat er zuerst gestanden und dann haben sie ihn weggeholt, aha, und haben ihn da auch hingepflanzt und da ist der richtig, wusch, in die Höhe geschief, jawohl, ja, und jetzt ist das so ein wunderschönes, geblümtes, ja, voriges Jahr war der viel früher mit dem Blühen, äh, mit dem Blühen, ja, dieses Jahr ist ja alles durch das kalte Wetter ein bisschen blöd, aber jetzt blüht der Tarotodendron, ja, 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 jetzt hat mir Frau Lienchen gesagt, hockt dich da vor mir, mache Bild, damit die Leute das sehen können, also guckt's euch an und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und tschüss, Euer Merlin